Hallo und willkommen wieder hier zurück und ich habe vergessen bisschen lauter das zu klicken, egal. Ähm, ja, wir sind hier wieder mit fünf Mann, wollen jetzt weiter Minen gehen und ich habe endlich eine Möglichkeit gefunden, wie wir die Metallgurysachen anbauen. Bitte normal, Leute, und lass Lava, aber... Wir spielen wieder mit normalen Leuten, aber du warst es mit Absicht. Oh, alter Schwede, alter Schwede, alter Schwede, ich habe eine Regel von Minecraft gebrochen. Einfach Grabe- und hab Bull. Ja, alter Schwede, alter Warla... Alter, Alter... Ich hatte gerade zwei Herzen, als ich aus der Lava rausgekommen bin. Und ich habe fünf Diamanten bei mir. Das ist auch schön. Eko, verpiss dich nach oben und safety. Genau, und dann darfst du sterben. Komm ab, ich geh weiter. Dann geh nochmal runter. Ja, wir können auch helfen. Komm ab, ich geh weiter. Von mir aus kannst du jederzeit gerne sterben. Außer mit Diamanten. Genau, Eko. Das ist eine gute Idee von Florian. Geh jetzt nach oben, lade die Dias ab, geh wieder runter und sterb da nur in der Lava. Och, Manno, wir wollen aber auch mal unseren Spaß haben. Wer ist denn da hinten? Mann, wir wollen uns auch mal daran ergänzen, dass du stirbst. Aber es sind irgendwie generell sau wenig Monster. Ja, ich glaube auch. Aber es sind welche da? Kann es sein, dass der Shop aber auch viel stabiler gerade läuft? Ja, sind doch kaum welche drauf, oder nicht? Ich weiß gar nicht, weil ich will nicht wissen, was da gerade auf dem Hut passiert ist. Oh mein Gott. Ja, war mit dem Hut. Warum war da unten keine Lava? Oh Gott, ich hätte es überfeiert. Wir müssen ja mal restarten. Dann hätten wir aber auch Futteraufgaben machen sollen. Egal. Warum? Wollte ich ja eigentlich auch eben machen, aber... Ja, aber wir haben ja so wenig Zeit. Hä, warum soll ich restarten? Wie läuft das? Ja, solange es jetzt gerade läuft, würde ich auch sagen. Ja. Ich will ihn danach aber einmal kurz restarten, bevor wir wieder die ganze Zeit sterben, können wir jetzt wenigstens was Produktives machen. Aber wir verlieren Hunger, das heißt, Monster sind an. Die Game Rule habe ich schon zwischendurch geupdatet. Müsste aber auf leicht sein. Nee, ich habe auf hart gestellt. Ja, ich verliere so wenig Hunger. Ja, ich auch. Ja, in den Höhlen verlierst du eh weniger Hunger, keine Ahnung. Ja, weil du weniger rennst. Ja, weil du auch nicht so viel rennst, ja stimmt. Wenn sie so im Messen stehen, bleibst du nur abbaust und abbauen, da verlierst du glaube ich keinen Hunger. Doch, ein bisschen. Ja. Also ich hoffe, niemand bleibt in den Höhlen drin, die ich gerade fast schließe immer wieder. Ja, ich bin gleich unter dir. Warte, Tobi, ich will einen Weg zu dir. Aber wer ist da? Hallo? Es ist da. Also wenn du zu mir kommst, nur mit Fackeln. Hier ist ein Ohr. Hier ist ein Metallurie-Ohr. Ich habe auch keine Fackel. Sollte ich die einfach hinter mir wieder abreißen. Die Polizei ist wieder am... Polizei will mich wieder äh, bisschen scheiße. Pff, versteck mich. Ihr müsst alle wissen, Tim, ähm, die haben mit Drogen. Die haben mit hartendrogen, hartendrogen, ganz hartendrogen. Und mit illegalen PCs, ne? So, Ahoi-Brosen und sowas, weißt du? Nee, das ist zu hart für ihn. Das macht er nicht mehr, da hat er abgesetzt. Ey, jetzt, ich bin unter dir. Scheiße, hab's gesehen. Stimmt, stimmt. Äh, doch, ich mach mich unter mir. Das ist, ich mach's nur mit Pfeffer. Ich mach's nur mit Pfeffer. Weil ich weiß mich gerade, wie kommt der da hin, ey. Weil ich das gemerkt habe. Mit einer Main-Fantasie. Mit einer Main-Fantasie. Cardium-Erz. Ja, ich fasse aus dem E-Mann-Fantasien, aber... Äh, Roadtree, also Extrakt, äh, für die... Genera... äh, für die große Teilung. Ich hink's erst gar nicht mit. Stimmt, Eko, wir woll... Ja, ich... Nein. Auf meinem Tech-Vaults darf man ein bisschen rumprobieren mit den automatischen Farben von Roadtree-Craft. Ja, können wir... Gott. Wie lange kannst du heute? Ach, mein Nasio, ey. Je nachdem, ob ich für morgen Fahrdienst finde oder nicht. Okay. Ja, dann können wir... Können wir gleich, wenn du möchtest, ausprobieren ein bisschen. Erstmal gehen wir mit Glowstone-Fantasien. Will mir einer die Nasio... Erstmal geh ich auf, K. Ja, ich komm kurz zu dir. Warum? Okay. Ähm, weil... Eko hässlich ist. Glowstone-Scheiße. Ich bin hinter dir, ich. Ja, mein... Nee, dass du in der Ausrede suchst, das war ja irgendwie klar. Typisch Eko. Nee, das liegt einfach daran, ähm... 30.000 Glowstone, das dauert eine Zeit. Och, das mach ich doch innerhalb von einem halben Tag. Ich hab heute schon einen halben Backpack vollgesammelt. Ich hab drei Backpacks vollgesammelt. Ist das meine Schuld? Ja. Rein, Eko. Weil du nicht so viel sammelst. Ja, Eko sammelt mich gerne. Ja, gut gekonnt hat, um ehrlich zu sein. Ich glaube, ich wässlich halt gerne schnell ablenken. Der ist so voll, um zu bauen. Nein, um zu farmen. Um zu bauen. Ich wollt grad schon sagen, jetzt ziehe ich mich da mehr hin. Um zu farmen zu bauen, das wäre schon nicht schlimm. Das passt ja zu mir. Für wie du baust. Ja, das stimmt. Und was bin ich? Ich bin für... Ich bin beides sofort. Ich bin selber so dumm. Ja, okay. Okay. GG. Man soll ja auch noch nichts lachen können, ne? Ja. Äh. Der übereigene Dummheit lacht, ist immer der Beste. Jetzt blöde ich immer über mich. Ich bin der Beste. Ich weiß, was ich an diesem Höhensystem hasse. Ich komm nie raus. Da ist doch was von dem... Ja, was denkst du, was ich schon über fünf Minuten lang suche? Disco Airs. Also, ich komm immer wieder raus. Ja, ich hab auch Disco Airs. Na, ich soll mich mal einen Wegpunkt setzen, wo man, äh, wo es wieder rausgeht. Boah, ich hab... Ich liebe dieses Disco Airs. Aaaaaaah. Was habt ihr eigentlich alle mit dem Disco Airs? Das ist ein Disco-Disco? Ich hab aber nur 31 Stück. Oh man, ihr kennt das alle nicht. 80. Was? Was? Disco-Disco? Na, kennen wir nicht. Wir sind... Bildungslücke. Wir sind nicht so alt wie du. Da kommt immer nur so Bildungslücke. Wir sind nicht so alt wie Knacker wie du. Oder er schreit dich an, weil du Chips isst. Ja. Hallo, die war lecker. Tobi, du musst... Das ist so, ähm, japanische Weisheit und so, äh, keine Ahnung, was auch... Du musst einfach bemerken, dass wir nicht so alte Herren sind wie du. Alter. Du bist ja schon mega alt. Oh, du... Alter, alter Herr. Mike ist alt, aber nicht ich. Achso, ja, stimmt. Okay, dann bist du... Nee, ja, okay, doch. Ich bin erst 19. Erst... Pass, ich bin... Ich bin noch zwei Jahre von dir weg. Äh... Ich hab gedacht, ich... Ich wollte auch jetzt jeder wissen. Der seltenste. Wie alt meine Uhr... Oh, nein. Jaja, ich würde das gerne wissen. 100. Nein, unterstellt sich. Ich hab gedacht, ich wäre weiter weg von Tobi, vom Alter her. Ich hab... Ich hab... Warum? Warum bist du weiter weg? Nein! Alter nicht! Haha. Lol. Da kann ich dir quacheln achten. Warte mal, du bist irgendwo hinter mir gerade gestorben, oder? So schön. Kann ich direkt weiter lachen. Oh, wie so'n Schmuck, ey. Ach, das gefällt mir hier doch. Das gefällt Eko. Also, ich sag mal, du hast die... Nein, das gefällt Eko. Obsidian. Ah, cool. Egal, Eko gefällt alles. Mann, wo geht's raus? Fuck. Seit wann nennst du mich bitte schön Eko? Hätsel. Dominik. Entschuldigung. Nein, ich meine eigentlich... Au! Au! Au, aber meine Ohren. Ja, bist du... Bist du bescheuert. Und jetzt schnauze mich doch an, weil ich vielleicht einen Millilie... Weil ich so... Vielleicht... Um 0,1 Dezibel... Lauter war. Und der schnauze mich direkt an. Und jetzt schnauze... Ja, ich kann doch hier die leutelichen Aufnahme anschnauzen. Ja, du kannst du schon... Es wirft aber ein dunkles Licht auf... Nein, es wirft ein dunkles Licht auf der Let's-Netz-Community, was ich nicht machen möchte. Allein, dass du schon da bist. Nee, da sag ich jetzt nicht. Du Hure. Ähm, Florian. Ja? Äh, geh mal einfach den Weg. So gesehen nach... Wenn du die Treppe runter gehst, rausgehen und dann nach rechts. Das ist einfach nur ein gerader Weg mit ausgefackelten Leuchten. Dann kommst du direkt hier wieder her. Ausgefackelten Gag. Oh Gott, das fing der Tim wie lustig. Dann kommst du direkt hierher. Ich kann leider nicht alles von dir aufsammeln, deswegen. Mann, ich finde diesen scheiß Weg nicht. Ah, okay. Boah. Wo geht es her? Mann. Wenn du mich siehst, kannst du gerne mit mir gleich kommen. Wie viel braucht man? Minimum? Zehn, oder? Ob sie dir... 2.000 und... Achso, äh... 10.000. Warte, 2... Oh, 6... Ja, 10 reichen locker. Okay. Ah! Oh, Junge! Vor allem hat der E.G. bei dir sich selber ein Echo? Ich höre immer ein Echo. Boah, Juh. Ich höre auch ein Echo. Er hatte nämlich gerade auch ein Echo, als er geschrien hat. Ja, ich auch. Tobi! Wo geht's raus? Na lol. Hä, wo bist du denn? Boxen? Nein. Bin hier. Aber warte, meine Boxen sind angesch... Könnte sein, dass die von mir gelten sind. Ich bin bei Echo, ich sehe dich dahinten. Warte, ich komme. Ich komme. Ja, mach das. Ich bin jetzt über dir. Ich stehe direkt bei... Ich stehe direkt bei... Ja, ich bin jetzt mal kurz. Gigi, hier bin ich. Ja, hier bin ich. Richtig gewählt. Tobi? Ja, ich muss noch zwei Blöcke eben abbauen. Ach, Florian weiß auch nicht, wo es rausgeht. Disco Earth, Disco Earth. Voll verzwickt. Oh, so sieht es portal aus. Also bloß zwei, drei, vier. Oh, hier gibt es auch so viel Marvel. Wieso kann ich angestupst? Denn willst du doch um Aufnahmestellen? Du kannst trotzdem angestupst werden, aber solches nicht angestupst. Wurdest du gerade angestupst? Von wem? Weiß ich nicht. Ich gucke gleich mal nach der Aufnahme. Hast du den Teil mal gestellt, Flo? Ja. Wie viel sind wir? Neun Minuten. Ach, scheiße. Ich würde jetzt gerne mal wissen. Wetten, um wie viel darf ich wetten, dass es bestimmt Mirko ist? Warten kann ich nicht ab und zu haben wir drauf. So. Würdest du ausrasten, wenn es wirklich Mirko ist? Äh, kommt ihr? Wo ist denn hin? Geh, woanders hin? Wenn ich den Weg draußen finde, dann ja. Naja, kurz. Tobi, sollen wir eine Wette abschließen? Nein, wollen wir nicht. Ach, Mann, oh. Ja, weißt du, wie schwer das ist, die Maus zu bewegen, ohne dass man zu schnell ist, damit man raustappt? Da macht die Maus langsamer. Ist so. Klingt zwar ein bisschen unglaubwürdig. Oh, der feine Herr frisst, wenn jemand anders verhungert. Ach, du verhungert hast? Nein, tue ich nicht, aber egal. Wo jetzt her? Ich hätte eh nichts gegeben. Ich will mir nämlich auch dieses Schimmer-Bied. Ja, ist egal. Ja, das war anders. Ich verlaufen. Ich will kriegser Pizza, oh. Ich hab mich verlaufen. Willst du nicht zu Hause? Nein. Ah, hier ist die Treppe. Oh, ich hab's gefunden. Echt auch? Ne. Ich find den Ausgang nicht mehr. Und hör mal auf, da alles mitzunehmen. Tobi hat sich selbst verlaufen. Ja, weil ich in einen von euren Gang reingegangen bin. Um Lava zu suchen. Ah, ich kann ja auch sehen, wie viele Minuten wir haben. Wir müssten jetzt so ungefähr 10 Minuten haben, ne? Du hast ja Zeitbildschirme und das war... Das ist nicht gut. Ah, Mann. Jetzt bin ich rausgetappt. Hier ist ein Essenzbusch. Hol ihn. Nehmen wir mit. Ja, oha. Pulverreiber. Ne, ist gut. Ah, hier, jetzt bin ich wieder in meinem eigenen. Wo? Was? Warte. Hier unten. Das schmeiß ich jetzt einfach weg. Da unten. Äh, Metallurgie... Weil das Problem ist, hier hat einer ausgeleuchtet, ausgeleuchtet, ausgeleuchtet. Ich hab da auch total viele Fackeln hingesetzt, da ist, äh, Dings, Ausgang. Eine Frage, Metallurgieerze können wir nicht, äh... Ne, nur mit hierher, ne? Äh, komm mal hier hinten nach hinten, Tim. Ja. Ja, mal bitte einsammeln. Der Tim auf der Minimab. Und jetzt, wohin? So. War das durch? Die Fackeln voll. Ach, okay. Ich leuchte nur so aus, dass ich einfach den Fackeln folgen kann. Hallo. Hä, wer hat sich hier denn rausgebuddelt? Da war ich. Warst du da drinnen, oder was? Da war ich sogar eben den ganzen Tag dran. Ja, dann musst du ja immer... Äh, Mann. Ah, Moment, da hinten war ein Spinnenbogen. Den hat jemand gelootet, oder? So. Ich geh mal ganz kurz. Aber wieso kann man mich hier noch anstupsen? Ich weiß es nicht. Ich kann auch jeden anstupsen. Ja, hier drinnen aber nicht. War doch damals auch immer so, oder? Channel-Rack-technisch. Nein, ich bin behindert. Ja, das hab ich aber umgestellt. Ich bin behindert. Hast du Sachen dabei? Nein, du hast versucht, in Lava zu schwimmen. Ist ein Unterschied. Boah, wie denn ist denn der Weg mit dir? Hallo, Smasher. Hallo. Hallo, Smasher. Ich krieg's kratzen. Okay, wie lang ist dieser Gang, ganz ehrlich? Los, Green. Ja. Seh euch. Lalo. Was? Was verhetzt. Ne, wir sind hier schon zu weit. Hallo. Hier, links. Geht's raus. Ich hör jetzt deine Aufnahme an. Ja, genau, hier geht's für mich raus. Boah, ich setz mir einfach mal an Waypoint jetzt hier. Ich auch. Ja. Wie spät ist das? Äh, 13 Minuten und 16. Gut, dann lasst eben das Portal bauen. Ausgang. Und dann lasst nächste Folge in die Hölle reingehen, würde ich sagen. Hölle, Hölle, Hölle. Praxisch. Wie können wir denn ja so nochmal machen, irgendwann nochmal wieder eine Speed-Up-Folge. Das würde ich vorschlagen. Ja, stimmt. Warum machen wir eigentlich Meining-Folgen ohne Speed-Up? Wegen mir. Ach, wegen Jim. Ach, wegen Jim. Ja, wegen Jim, ja. Ja, wenn, wenn, ihr, ihr könnt von mir aus, wenn ich nicht da bin, das ruhig machen. Können wir ja nicht. Ne. Klammern, jetzt, äh, zu viele Videos im Vorhaus. Ne, gut, ähm. Hast du überhaupt Feuerzeuge? Könnte man ja theoretisch schon machen. Ne, Feuerzeuge habe ich noch nicht, das muss einer von euch machen. Könnte man theoretisch ja schon machen. Man muss halt nur gucken, dass, äh, Dings, ähm, dass sie das nicht überschneidert. Das heißt, dass Tim halt seine Folgen hochlädt. Bei uns gibt's die denn halt, gibt's halt ne Folge mehr oder zwei Folgen mehr. Ja. Und dafür Speed-Up und Tim lädt einfach, äh, einmal, alle zwei Tage nur hoch. Okay, ich hab' einen Fall. Dann wird sich das denn so ausgleichen. Und zwar werden wir denn halt zwei Folgen weiter, sag' ich jetzt mal. Wenn wir zwei Mining-Folgen machen. Dann müssen wir ja nicht mehr aufnehmen, ne? Ähm, deswegen, wenn das morgen nicht klappen sollte, meine ich. Oder generell können wir das ja eigentlich machen. Das ist mir schon wieder zu viel, du. Weil dann ist das, äh, mehr oder weniger, ähm, müssen wir halt nur gucken, ob du das hin umbenennen willst, oder ob du denn auch zwei Mining-Folgen als Ersatz danach dann noch machst. Mal schauen. Oder wie wir es machen. Aber dann haben wir auf jeden Fall erstmal Rohstoffe. Das ist total kompliziert, wie wir das machen, ey. Das ist ja das Wichtige. Ja. So, warum wird das nicht rausgenommen? Das wurde jetzt nicht rausgenommen, weil davon zu viel oder so drunter war. Weil sonst klappt das. Geht's alle oben? Ne, das wird immer rausgenommen. Also, ja, wir sind alle oben. Oh Gott. Wir wollen jetzt das Portal bauen. Ja, mach ja. Lass uns einfach erstmal hier hinten irgendwo bauen. Meine eine Aufnahme ist jetzt eh kaputt. Ja, ne, man war nächstes Mal wieder auf. Was, was kann man mit diesen Schimmerins eigentlich machen? Baum. Baum. So, Portal steht. Die Blöcke sehen einfach immer mega episch aus. Will ich eine Blöcke haben? So, hab's gut. Du kannst mich gerne befreien. Alt Peters. Ne, dafür bin ich so dissozial. Das ist bei dir richtig. Äh, jetzt haben wir zwei Folgen aufgenommen, ne? Ja. Ja. Okay. Ich versuche jetzt irgendwie ein bisschen noch die Folge zu strecken, bis ihr immer oben seid. Ja, das kann noch ein bisschen dauern. Wegen Nils, der ist noch unten in der Mine halt. Äh. Ich glaube, wir müssen das hier mal ein bisschen ausdehlen, oder? Nö. Das reicht ja so eigentlich. Wenn wir hier... Ah, ich hab noch ein... Ich werde mich einfach mal so ein bisschen als Chunkloader hinstellen, sagen wir jetzt mal. Als Chunkloader. Haben wir überhaupt noch... Haben wir überhaupt noch genug Energie? Ja, bei uns noch ganz viel Kohle machen. Ich werde mich einfach, ähm, äh, zwischendurch mal hierhin stellen, weil Mike wollte unter anderem auch mal eine Folge mit mir aufnehmen. Achso. Ähm. Müssen wir mal gucken, wie wir das regeln, ob ich irgendwelche Special-Folgen zwischenhängen oder so. Okay. Keine Ahnung. Ich back hier rum. Müssen wir mal gucken, weil, äh... Soll ich schon aufmachen, das Portal, oder nicht? Kannst du machen. Wie lange haben wir jetzt? Genau 16 Minuten 40. Ja, würde ich sagen, dann machen wir jetzt Schluss. Der liebe Herr Dings kann hier gleich den anderen kurz hochfinden. Und, ähm, ja, dann sehen wir uns gleich in Hölle wieder, würde ich sagen. Okay, bis gleich. Tschö. Bis gleich. Ciao, ciao.